Musik Wenn Menschen von Heilungszeugnissen, von Befreiung, vom realen Eingreifen Gottes im Leben anderer Menschen hören, dann ist es häufig so, dass sie empfinden, ja, das hat Gott getan, aber das ist irgendwo ganz weit weg, das ist irgendwo schon lang vorbei, das ist irgendwo anders, das betrifft andere, aber nicht mich. Natürlich tut Gott was, in Afrika, in Südamerika, in China, aber doch nicht hier, das gilt nicht für mich. Das ist eine Falle des Feindes. Das ist etwas, was viele Christen denken, aber was völlig absurd ist. An was für einen Gott glaubst du? Einen, der in Afrika und in China allmächtig ist und hier ohnmächtig? Wir müssen uns überlegen, welches Gottesbild wir haben. Wenn wir davon lesen oder hören, wie anderswo Gott eingreift im Leben von Menschen, dann ist das etwas, was wir als Zeugnis nehmen und sagen, wenn Gott das für die getan hat, dann kann und will und wird er das genauso für mich tun. Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Das, was er für andere tut, kann und will er für dich tun. Du musst das als Zuspruch nehmen. Du musst es halt etwas nehmen, wo ich sage, daran halte ich mich fest. Was Gott für diese Person gemacht hat, das ist genau mein Problem. Das habe ich. Genau das ergreife ich. Und ich sage, Herr, du hast es für diese Person gemacht. Tu es für mich. Und du hältst daran fest. Es ist ein Zeugnis. Es ist etwas, was dir bezeugt, was Gott tut und was er für dich tun will. Und wenn du merkst, es spricht etwas zu dir, nimm es und sag, das ist jetzt mein Gebetsanliegen. Gott hat es für andere getan. Er wird es für mich tun. Lass nicht los. Lass nicht zu, dass der Feind dir einredet, dass Gott hier nichts tut, in unserem Land nichts tut, in unserer Kultur nichts tut, in Deutschland nichts tut, Österreich, Schweiz, hier in Mitteleuropa nicht wirkt, in deiner Situation nichts tut. Das ist völliger Unsinn. Gott will in deinem Leben eingreifen. Aber du musst es auch zulassen. Fang an, darum zu beten. Nimm dir diese Zeugnisse. Lass sie deinen Glauben aufbauen und sagen, das ist etwas, was Gott für andere getan hat. Und genau so werde ich ein Zeugnis haben. Ich werde solch ein Zeugnis haben. Ich werde für andere Menschen eine Inspiration sein. Mein Problem wird etwas sein, was ich überwinde und was für andere Menschen eine große Inspiration ist. Glaube nicht an einen Gott, der anderswo allmächtig ist und in deinem Leben ohnmächtig. Glaube an einen Gott, der in deinem Leben ganz real, ganz massiv, ganz umfassend eingreifen will und eingreifen wird. Denn Gott hat mehr für dich. Musik 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 Musik